Jetzt müssen wir zum ersten Referenten kommen. Wir haben heute viel zu verarbeiten, viel zu verdauen, aber ich bitte euch, möglichst wirklich zu bleiben, euch alles anzuhören. Es gibt so viel Wichtiges, das wir hören. Ich beginne jetzt in die erste Runde einzusteigen. Es geht jetzt im ersten Vortrag um die Geburt der Klimalüge. Wie gesagt, der zweite Zeuge der Wissenschaftler ist weg, aber es ist eigentlich nicht der zweite, es wäre der dritte Zeuge. Denn ihr könnt zurückblättern in der ACK-Geschichte. Schon am Anfang haben wir einen Mann mit mehr Heldenmut gehabt, einen Arzt, einen Doktor, der gekommen ist. Das war der Dr. Helmut Böttiger, hat einen wahnsinnig tiefsinnigen Vortrag gehalten. Hat eigentlich schon wissenschaftlich, als Wissenschaftler, hat er schon belegt, dass der Klimawandel eine politische Machenschaft ist. Von der wissenschaftlichen Seite her ist es eigentlich abgedeckt. Das haben wir eigentlich nur jemand verloren, der das nochmal mit Nachdruck betont hätte. Aber heute ist ein Augenzeuge da. Glaubt mir das oder glaubt ihr nicht? Ich bete buchstäblich darum, dass in dieser Zeit Menschen wie Herr Hartmut Bachmann aufstehen, die Augenzeugen sind, die Zeitzeugen sind, die dabei waren, als Lügen entstanden, als Irrgebilde entwickelt wurden. Und er sagt als Zeit- und Augenzeuge aus, er legt die Väter und Drahtzieher der Klimalügen offen, die er persönlich kennengelernt hat. Und da sollen wir noch einmal an einer kommen und sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Nein, da geht es um eine Verschwörungstatsache. Und da hat wirklich die Natur einen Mann gefunden, der bereit ist, dazu zu stehen und das aufzudecken. Und ich bitte, Herr Bachmann, nach vorne zu kommen. Ich möchte sagen, noch kurz einige Daten über ihn, während er hochkommt. Herr Hartmut Bachmann ist ein emeritierter Kommissar. Er hat Studium in der Hochschule für Politik, hat er, war Manager-Direktor einer grossen Firma, ein CU, er hat Ausbildung als Militärpilot, hat Aerodynamik, Meteorologie studiert, hat Bücher geschrieben, die er offenbar mitbringt. Er ist das auch Schriftsteller. Und er hat, was er jetzt selber erzählen wird, als erster Hand, an vorderster Basis, die Geschichte erlebt, die uns ganz anders von den Medien und überall erzählt wurde. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke schön für den Applaus. Mein Thema ist schon offeriert worden und resultiert eigentlich aus der Zusammenfassung der Hintergründe, die zur Geburt der Klimalüge führten. Ich hatte eigentlich angenommen, oder ich fange nochmal von vorne an, ich habe lange Jahre in den USA gelebt und bin regulär erst wieder seit drei Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und hatte an sich zur damaligen Zeit keine Intuition in irgendeiner Form, mich mit dem Vergangenen, also mit der Lüge der Klimakatastrophe oder speziell mit der Klimakatastrophe zu befassen, weil ich angenommen habe, dass die Bundesrepublik Deutschland wie ihre umliegenden angeblichen Demokratien in Europa eine freie Berichterstattung haben. Nun habe ich mich öfters gefragt, wenn diese Geschichte mit der Klimakatastrophe definitiv von den Medien, von den Organen, die ihnen alle die täglichen Meldungen bringen, eine Katastrophe berichtet, für die Menschheit eine nahende Klimakatastrophe. So muss ja zunächst mal gefragt werden von den Journalisten, die sowieso, und deren Aufgabe ist es, alles zu untersuchen und darüber zu berichten, muss ja die Frage gestellt werden, wer ist denn der Verein, der die Klimakatastrophe im Auftrag der UNO publiziert? Wer ist der Weltklimarat? Wer ist das IPCC? Wer hat diese Leute, die dahinterstehen, und welche sind das, die Aufgabe gegeben, ein IPCC überhaupt zu gründen? Warum? Weshalb? Für Willen? Wann und wo? Ich habe jahrelang darauf gewartet, es geschah nichts. Für mich war die Frage klar, hier soll etwas kaschiert werden. Ich habe in den USA und hier auch in Europa eine ganze Reihe von Verwandten und Bekannten, die drängten mich dann immer wieder, ich solle alles, was ich weiß, aufschreiben und ein Buch darüber veröffentlichen. Ich habe dann stets geantwortet, ich werde den Teufel tun. Genau das werde ich nicht machen, denn ich habe keine Lust, dass eines Tages meine Frau einen Telefonanruf von Polizeistation in Poppenbüttel bekommt, Frau Bachmann, kommen Sie mal hier zum Müllhalde rüber, holen Sie Ihren Mann ab mit drei Kopfschüssen. Die Geschichte, die Erfindung der Klimakatastrophe und der Existenz dieser gemachten Katastrophe ist bereits zu einer Ideologie ausgearbeitet, die alle Staaten, die am Kyoto-Protokoll, an einer Versammlung in Kyoto teilgenommen haben, unterschrieben haben, die haben das zu ihrer neuen Ideologie gemacht und entsprechend wird sie publiziert. Die Klimakatastrophe konnte sich eigentlich nur deswegen in dieser Art und Weise verbreitern, da der Mensch bestimmte Eigenschaften hat. Konrad Lorenz, einer der bekannten Nobelpreisträger, konstruierte vor Jahren in einer Rede vor einem Gremium, das er herausgefunden habe, aufgrund von seinen Untersuchungen über das Sozialverhalten der Menschen, dass der Mensch ein Jäger und ein Sammler ist. Wenn das die Grundlage des sozialen Verhaltens des Menschen ist, sollte man heute fragen, dies war in der Vergangenheit. Es gibt kaum noch Jäger und es gibt kaum noch Sammler, möglicherweise jetzt im Oktober als Pilzsammler. Was sammeln die Leute heute? Stellen wir eine Frage, könnten Sie mir folgen, dass alle Menschen das Materielle betreffend nie genug bekommen können, dass es nie reicht, dass es immer mehr beenden muss, egal ob es mehr Urlaub ist, mehr Gehalt, mehr dies oder mehr jenes. Wenn das eine Kondition sine qua non ist, dann könnte man auch die nächste Frage stellen, wie sieht das aus mit denjenigen, die bereits alles haben? Also den ganz Reichen, den super Reichen, wollen die auch immer noch mehr? Ich bin der Auffassung, ja. Und Sie werden das heute Abend kennenlernen, dass es der Fall ist, dass es Leute gibt, die ganz, ganz oben sitzen, nennen wir sie eine gewollte Weltregierung, dass die dabei sind, die Welt in ihrem Sinne zu ändern. Und dazu brauchen sie Macht. Wer viel Geld hat, hat Macht. Wer die Macht hat, hat das Recht. Wer das Recht hat, kann das Recht biegen und brechen und dehnen, wie er will. Denn er hat das Recht. Ich habe mir 1949, wie viele von Ihnen möglicherweise überhaupt noch gar nicht gelebt haben, vorgestellt, dass wenn der neue Staat, die Bundesrepublik Deutschland, eine neue Verfassung bekommt, die sich damals aus bestimmten Gründen nicht Verfassung nannte, sondern Grundgesetz, dann wird sich vieles ändern und das Land wird eines Tages tatsächlich zu einer Demokratie werden. Ich will nicht sagen, nichts dergleichen, aber ich stelle mir immer wieder die Frage, ist dieses Land überhaupt noch eine Demokratie? Denn ich muss wieder zurückgehen, da ich sehr alt bin, habe ich meine Erinnerung, muss ich zusammenkamen, aus vielen Jahrzehnten vorher, es mag vielleicht 50 Jahre her sein, dass ich in Landau, in Westdeutschland unterwegs war, mit dem Auto nicht weiterkam, es war eine Verstopfung, ich stieg aus, erkundigte mich, was ist, da wurde die Weinkönigin prämiert, mag so um diese Jahreszeit gewesen sein, wie jetzt. Und Professor Heuss, der damalige Bundespräsident, war anwesend. Das war natürlich für die kleine Stadt Landau eine Sensation. Also ich stieg aus, liest mein Autor und ging zum Marktplatz und da stand eine Menschenlänge, die dauernd was brüllte, was sie nicht verstanden konnten. Also letztendlich verstand ich Heuss raus. Also Professor Heuss wurde gebeten zu erscheinen. Er selber war abgestiegen in einem kleinen Hotel, am Marktplatz, es öffnete sich also die Tür zum Balkon, Heuss trat raus und Heuss legte seine Hände an den Mund wie einen Trichter und sagte dann, der Heuss ist zur Besichtigung freigegeben. Da war natürlich kolossaler Applaus, nachdem Heuss zur Besichtigung freigegeben worden ist. Und ich saß später mit ihm, ich habe ihn kennengelernt, vorher an der Universität in Tübingen, ich saß mit ihm zum Armutessen zusammen und fragte ihn, Herr Professor Heuss, was macht denn nun eigentlich in dem ganzen Grundgesetz mit den 149 Paragrafen und Absätzen eigentlich das aus, dass dieser Staat, dem das Grundgesetz von euch allen geschenkt worden ist, zur Demokratie wird. Und dann machte Heuss so, er zeigte mir also sechs Finger und ich sagte, ich habe das nicht verstanden. Da und er erklärte mir, der Absatz 20 im Grundgesetz beinhaltet sechs Worte und das sind sechs Worte, die dieses Land zur Demokratie machen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So, dann wurde erklärt, wie diese Staatsgewalt stattzuwehen hat. Da steht, als nächster Passus, er sich subordinierte, dies wird ausgeführt durch Wahlen und Abstimmung, also Volksabstimmung. Man muss einsehen, dass zur damaligen Zeit auch Politiker am Rühren waren, die ihre Zukunft betrachteten. Und da sind viele beigewählen, möglicherweise die meisten, die haben sich überlegt und haben gesagt, Mensch, wenn wir eine Volksabstimmung machen, führt das die zweite Nachsicht. Und die dritte und die vierte und plötzlich bestimmen die. Das ist doch nicht das, was wir wollen. Nachher bestimmen die unsere Diäten noch. Also Deutschland hat nie das erhalten, was versprochen worden ist im Artikel 20, nämlich alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Passé. Ich möchte mich an dieser Stelle, möchte ich zunächst mal eine Erklärung abgeben. Mein Vortrag wird kein wissenschaftlicher Vortrag werden. Ich habe mich mit den wissenschaftlichen Symptomen von CO2, dem angeblichen Klimakiller, nie mehr befasst, als es unbedingt notwendig sein musste, weil ich genau weiß, dass CO2 nur erfunden worden ist, weil von dem Anteil der Luft das CO2 der einzige Teil ist, dem man nachschieben kann. Er ist Mensch gemacht. Teile davon. Die Luft hat 0,037% an CO2, ein minimaler Anteil, von dem 1,2% technisch der Produktion der Menge CO2 zugefügt worden ist, die die Natur herstellt sowieso. Wenn das ein so geringer Anteil ist, den die Menschen und die Technik und alles, was wir letztendlich produzieren auf Erde, was angeblich die Mutter Erde stört, so schädlich sein soll, so ist das eine so minimale Menge mit 0,0007% von der Luft. Das ist für mich absolut absurd, es darüber überhaupt wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen. Die Frage ist, warum denn dann? Vor vielen Jahren, mit 15, 16 Jahren, war auch mal wieder um die Herbstzeit rum. Es gab Kastanien. Meine Schule war in einem Landschulheim untergebracht, zu der damaligen Zeit, in den Herbstheilen. Wir sammelten Kastanien und ich warf einige Kastanien hinter dem auf dem Schulhof marschierenden Direktor rum. Das brach mir zwei Stunden Arrest ein. So etwas gibt es heute nicht mehr. Die ich bei meinem Klassenlehrer abzusitzen hatte, bei dem unsere Klasse Latein und Geschichte hatte. Und Herr Dr. Hauske, der für mich viele Jahre meines Lebens ein Vorbild gewesen ist, auch in all dem, was er mich gelehrt hat, der sagte in einer Diskussion zu einer Fragestellung von mir, Junge, stell immer, so alt wie du auch bist, die uralte Frage, cui bono, bei allem. Und die vielen Anwesenden, die heute hierher gekommen sind, teilweise mit großen Strapazen, allein schon das Frühaufstehen am Samstag, ist ja eine unangenehme Angelegenheit, die möchte ich doch bitten, in Zukunft bei all solchen Sachen, die sich ereignen, die wichtig sind im Leben, egal ob es ihr Partner ist, ihr Freund, ihr Chef, immer wenn sie nicht genau wissen, wo will denn der eigentlich hin, stellen sie die Frage cui bono. Und sie werden fast immer die Antwort finden, es ist etwas Materielles. Was heißt cui bono? cui bono, lateinisch und heißt, wem nutzt dies? Danke für den Hinweis. Wem nutzt dies? Irgendjemand nutzt alles, was sich von Menschenhand auf Ehren bewegt, getan wird und so weiter. Jetzt mache ich nochmal einen kleinen, ich gestatte mir das einen kleinen Ausumweg. Ich bedanke mich nochmals, oder zunächst mal, dass ich überhaupt hierher kommen durfte und dass ich Ihnen erklärend erzählen werde, was Sie gleich hören werden. Und ich habe zu unserem kleinen Nachbarn, die Schweiz, immer besonders persönlich aufgesehen und Hochachtung gehabt, nachdem ich auch Wilhelm Tell in der Schule kennenlernte und nachdem auch darüber gesprochen wurde. Und das war zur Zeit des Dritten Reiches unter Hitler, sehr freimütig und offen über die ganze Geschichte mit Tell und Gessler. Und wir Jungs, die damals in der Hitlerjugend waren, da waren ja auch Eltern bei, die die Katastrophe haben kommen sehen. Das ist ja nicht alle dämlich. Die haben die Katastrophe kommen sehen und die Eltern redeten auch mit den Kindern darüber, was zur damaligen Zeit, 35, 36, 37, nicht ganz ungefährlich war. Und wir sagten, warum haben wir in Deutschland eigentlich kein Wilhelm Tell? Warum ist da keiner? Das sind 80 Millionen. Irgendeiner muss doch dabei sein, dem, was hier auf uns zukommt, ein Ende bereitet, bevor es ein schreckliches, furchtbares Ende gibt. Es war aber keiner da. Die Deutschen haben nie einen Wilhelm Tell gehabt. Das liegt in ihrer preußischen Erziehung. Das hat sich weitergegeben bis heute. Die Deutschen sind keine Aufständischen. Sie sind zwar ihre großen Nachbarn und jeder von ihnen wird das sehr scharf beobachten, was sie in Deutschland abspielt. Unter anderem natürlich auch die Feuer in der Klimakatastrophe. Was sie in Deutschland abspielt, ist dieselbe Situation, die wir 1943, 1944, 1932 gehabt haben, dass wir sehr viele Arbeitslose haben und dass uns eine Ideologie vorgegaukelt wurde, die alles nun in Zukunft besser machen müsse. Man müsse nur den bösen Feind erst mal um die Ecke binden. Wer der böse Feind damals war, das möchte ich hier nicht erläutern, weil das sowieso jedermann weiß. Diese Geschichte mit dem bösen Feind und der Bekämpfung des bösen Feindes hängt Deutschland heute immer noch an. In Filmen, in Berichten. Rund um die Welt geht die Geschichte immer noch, was Deutschland damals Schreckliches gemacht hat. Und deswegen, weil das Volk nichts getan hat, ist es kollektiv schuldig. Das heißt also, die Kollektivschuld wird den Deutschen immer noch angemacht. Es kommt hinzu, dass die Deutschen die jetzigen zwei Generationen ängstlich geworden sind, was man ihnen früher möglicherweise nicht nachsagen kann. Andernfalls hätte es nicht so sehr viele Menschen gegeben, die neugierig waren, kolossale und deutliche Erfindungen, Welterfindungen gemacht haben. Dafür war Deutschland um 1900 auch berühmt, was wir alles für den Nobelpreis einkassiert haben. Von diesem Wissen und Können und auch der gewissen Freiheit des Geistes sind wir heute weit, weit entfernt. Seit 1968 ist das Schulsystem in Deutschland, ich weiß nicht wie oft, reformiert worden. Jedenfalls mit dem Endergebnis, dass die reformierten Reformen wieder neue Reformen brauchen. Die Deutschen sind aber auch aufgrund ihrer Vergangenheit, im vergangenen Jahrhundert, ängstlich geworden. Nun muss man überleben. Zwei Weltkriege, angezettelt, verloren. Dann die Geldentwertung in den 20er Jahren. Dann das Ende des Krieges. Dann die Russen da, der eiserne Vorhang. Die ewige Drohung mit den SS-20-Raketen. Das alles fördert, Menschen nicht mutig zu sein. Seien Sie in der Schweiz mutig und folgen Sie dem, was Wilhelm Tell Ihnen vorgemacht hat. Machen Sie den Mund auf. Sie sind möglicherweise bald ziemlich allein hier in Europa. Denn die Klimakatastrophe hat ein Ausmaß angenommen, die es mir auch untersagt, unter einem solchen Plafond diese Rede von heute in Deutschland zu halten, wäre nicht möglich. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass das möglich gemacht wurde. Wir kommen jetzt zu einer Geschichte, mit der wir Menschen leben müssen. Das ist, Sie werden es vielleicht schon ahnen, die Angst. Angst begleitet den Menschen von der Geburt bis zum Tode. Möglicherweise hat der liebe Gott auch damals vor Jahrtausenden seinen beiden ersten Geschöpfen gesagt, alles ja, aber keinen Apfel. Wenn er das gesagt hat, der kannte seine Pappenheimer ja, das waren ja seine Produkte nicht, hat er bestimmt irgendetwas dazu gesagt, was Sie ängstigt, damit Sie das nicht tun. Das ist aber nicht überliefert, sondern das ist meine Erfindung. So wird das möglicherweise gewesen sein. Am 11. August 1986 hatte ich auf dem Flughafen in Florida, in Orlando, jemanden abzuholen. Ich saß da und wie üblich, wenn man auf jemanden wartet, kommt er zu spät. Also das Flugzeug kam zu spät. Es erschien ein Flugzeug, Passagiere kamen raus, ich saß neben einem Papierkorb und ich las irgendwie die Federal News oder irgendwas und da flog irgendwas, irgendeine Zeitung, Passagiere, die da jetzt lang kamen, irgendwo her, warfen da was rein. Ich entdecke eine Zeitung aus Deutschland, den Spiegel, mit dem Titelbild, zufälligerweise. Es konnte ja Seite 30, 40, 50 sein. Nein, es war das Titelbild. Auf dem Titelbild sah mich der alt, ehrwürdige Kölner Dom an. Bis hierher im Wasser nur noch die Spitzengruppen draußen. Darunter die Klimakatastrophe. An dem Tag war die Klimakatastrophe wirklich geboren. Ich habe das Ding zu an mich genommen, gelesen, vergaß beinahe auf meinen Freund aufzupassen und habe mich, wie man so saaten formuliert, hinten übergesetzt, was da geschrieben stand. Nachdem ich das alles verdaut hatte, habe ich eine Woche oder zehn Tage später beim Spiegel in Hamburg angerufen, habe meine Sekretärin gebeten, von Kissimmee aus, sie möchte Rudolf Augstein suchen lassen, ich möchte ihn am Telefon sprechen. Augstein hatte ich dann am Telefon, nach 20 Minuten, und ich sagte gar nicht viel guten Tag. Da war gar nichts für guten Tag. Ich sagte, was hast du dir denn dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht? Da sagte er, aufwecken und was sagt er noch? Ja, er sagte, aufwecken. Und dann sagte ich, und Angst machen. Und da antwortete Augstein, er hat genau gewusst, was er da getan hat. Er sagte, ohne Angst der Massen kriegen Sie keine Bewegung der Massen. Und das ist der Karsus Knacktus. Wenn Sie irgendwas groß bewegen wollen, müssen Sie Angst machen. Der Schrei, Feuer in einem Warenhaus, setzt alle Leute in Bewegung möglichst schnell raus. Die Geschichte mit dem Spiegel und dem untergehenden Kölner Dom ging nun in den USA, wie in vielen anderen Ländern auch rum und wurde diskutiert. Ende September 1986 machten wir junge Leute und ich etwas älter eine Segeltour von einem Segelclub, in dem ich war, von der Südspitze von Florida nach Quilago. Dauer, zwei Tage. Nach zwei Tagen waren irgendwelche Sieger da, der ist dann ein zweiter und ein dritter ein Geburtstagskind auch noch. Das wurde natürlich gefeiert. Und während der Diskussion, es ist ja manchmal, möglicherweise haben Sie das selber schon erlebt, wenn viele Leute zusammen sind, ist manchmal irgendwo der Augenblick. Das sind auf dem Schlag alle still, ohne dass eine Veranlasserschaft zu warnen. Plötzlich ist alles erstorben. Und ein solcher Moment, eine solche Situation war an dem Abend auch gegeben und ich höre, wie jemand sagte, why don't we convert the climate catastrophe in a big, long-lasting, worldwide business. Zu Deutsch, weshalb konstruieren wir nicht aus dem Wort Klimakatastrophe ein gigantisches Geschäft. Der diese Frage stellte, ist der Junior gewesen von dem größten Werbeunternehmen in den USA. Solche Leute haben Verbindungen überall hin. Geschäft geht über alles. So, und in diesem Verein waren zahlreiche andere junge Leute auch drin, deren Eltern in Wirtschaft und Politik in den USA etwas zu sagen hatten. Die Geschichte wurde aufgenommen, weiter gesponnen. Ich habe mich rückblickend um diese Frage nicht gekümmert, auch nicht, was daraus geworden ist. Es war außerhalb meiner Sphäre, die mich interessierte, warum soll ich nicht darüber diskutieren, was man mit dem Wort machen kann. Aber, ich kriegte zwei, drei Tage später ein, zwei Telefonanrufe von Freunden, da wurde das diskutiert, die Möglichkeit. Und ich habe damals gesagt, ohne mich, ich bin da nicht daran interessiert. Außerdem, ich habe meine Arbeit hier und ich werde daran nicht teilhaben. Weitere Monate später kriegte ich von einem Freund eine Einladung zu einem Meeting und da ging es um die Klimafrage, wie man die Menschheit vor einer kommenden Klimakatastrophe schützen kann. Also ganz neutral bis jetzt noch. Nur eine Frage, wie man das kann. Dazu hätte zunächst mal bewiesen werden müssen, ob die Tatsache überhaupt wissenschaftlich untermauert ist. A, dass wir eine Klimakatastrophe haben. B, was im Raume stand, dass Menschen dazu beigetragen haben. Also ich bin da hingegangen, habe mir das angehört, habe mir die Leute angesehen, von denen ich kaum jemand kannte. In Amerika geht das ja alles sehr lax und lässig. Man wird vorgestellt, jeder mit seinem Vornamen, einem Harry und einem William und so on. Meistens hat man dann so einen Zettel hier dran und dann kann man noch studieren. Wer war denn das überhaupt? Und man vergisst die Leute im Allgemeinen, die Amerikaner sind immer sehr schnell mit Vorstellungen, mit Einladungen auch, kommen Sie mal vorbei. Also mich interessierten die Leute alle gar nicht, bis ich gewahr wurde, dass sich in den USA die Industrie für die, und vor allem die Medien, für die Geschichte mit der Klimakatastrophe interessierten. Von dem Augenblick an konnte ich feststellen, dass Medien, überwiegend lesbare, natürlich auch TV, dabei waren, Fakten zu erfinden, die überhaupt noch gar nicht da waren. Und all diese Fakten liefen darauf hin, wenn man darüber etwas nachgedacht hat, Angst zu erzeugen. Es waren alle Berichte, die in irgendeiner Form negativ waren. Was da alles passieren könnte und mit der Klimakatastrophe und der Menschenschuld und die arme Erde, nicht? Von all diesen Leuten, die das berichtet haben, hat sich nie einer die Mühe gemacht, ist in ein Flugzeug gestiegen und hat in 13 Kilometer Höhe, in der normalerweise die Verkehrsflugzeuge gar nicht fliegen, nach Hause geguckt, vorne vielleicht vom Cockpit und hat festgestellt, dass die Erde eine Kugel ist. Sie können von hier aus sagen, das ist eine Kugel. Keiner kann das beweisen. Das können Sie erst aus einer bestimmten Höhe machen, optisch. Und das sind 13 Kilometer. Wer aus dieser Höhe Mutter Erde sieht und dessen gewiss ist, dass zum Beispiel auch die Energiegeschichte, die das Gerüst der Klimakatastrophe im Hintergrund ist, was ich Ihnen noch erzählen werde, die Ausbeutung der Ressourcen der Erde durch den Menschen hat bis jetzt nichts bewirkt, was die Erde, ihre Oberfläche, oder irgendjemand, hätte nachhaltig beeinflussen können, so dass die Publikation von Ängsten notwendig ist. Die Erdoberfläche ist bislang von den sogenannten Prospektoren nur angekratzt worden. Marginal angekratzt. Was alles in der Tiefe ist, wissen wir zum Teil, aber wir haben es nie gesehen. Da kommt keiner rein. Nehmen wir mal das Beispiel Irak. Jeder weiß heute, wer der Staat Irak ist. Viele wissen auch, wo er liegt. Irak, der Staat Irak, schwimmt sozusagen auf Öl. Von der ganzen Oberfläche, die diesen Staat ausmacht, diese Tausenden von Quadratkilometern, sind überhaupt von Prospektoren nur sechs Prozent untersucht worden auf Öl. Öl und Gas war zu der Zeit, wie da die Prospektoren aktiv waren und anfingen zu arbeiten, ein, genau wie heute auch, eine sehr wichtige Primärenergie und die brachte auch ganz gut Geld. Das heißt also, wer heute behauptet, dass wir unter Energiemangel leiden müssten, weil die Ressourcen dem Ende entgegen gehen, was ja bereits der Club of Rome auch wieder behauptet hat. Vor zehn Jahren wurde angekündigt, um das Jahr 2000 sind die Ölvorräte zu ändern. Auch der Club of Rome wurde von Leuten inszeniert, die daran Interesse haben, für sich selbst viel Geld zu scheffeln. Bleiben wir mal eben beim Irak. Beim Irak ist vor dem vergangenen Jahr, soweit ich weiß, neuerdings wieder angefangen, weiterhin nach Ölvorkommen zu gucken, zu suchen und möglicherweise werden auch Erfolge da sein. Wir können fast im 14-tägigen Rhythmus feststellen, auch in den Medien, dass wieder neue, sagenhafte Erdgas- oder Erdöl-Ressourcen der Erde gefunden worden sind. Kürzlich, vor einigen Tagen, wurde es gerade wieder publiziert, dass vor Venezuela eine riesige, gigantische Gasblase, Erdgasblase entdeckt worden ist, die man aussaugen und benutzen könnte. Davor ist es Vietnam gewesen, die Ostküste von Vietnam, Basilien, also im regelmäßigen Rhythmus kriegen wir zu hören, dass immer neue Quellen an Energie in der Mutter Erde vorhanden sind. Also die Energielüge nicht, haken Sie das mal ab. Das ist eine Ente, da ist überhaupt nichts drin, gar nichts, das Vertrag. Und weswegen das Öl und die Derivate, inklusive Benzin, was wir täglich für unsere Schäden, für Stahlkarossen brauchen, benötigt wird, wird von denselben Organisationen knapp gehalten oder mehr zugegeben in die Märkte, wie diese Leute, on top of the earth, das gerne hätten, um ihr Geschäft durchzuführen. Das sind der Cui Bono, das sind die da oben. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern können an die diversen Kriege, die Israel gegen seine Nachbarn geführt hat oder führen musste. Einer von denen kriegt er die Bezeichnung Yom Kippur-Krieg. Anfang bis Mitte der 60er Jahre wurde von irgendwelchen Prospektoren angeordnet, wahrscheinlich auch von Leuten, die sehr, sehr viel Geld haben, mal in der Nordsee so ein bisschen zu bohren, was da unten drunter ist. Und was fanden sie? Öl. Und zwar offensichtlich ziemlich viel Öl. Denn es wurde da gebohrt und da und da noch mal und da ist auch noch was. Aber das Öl lag sehr tief im Meer. Hieß oder heißt heute noch, es ist sehr teuer, das Öl nach oben zu holen. Vielleicht haben Sie mal was von der trilateralen Kommission oder von den Bilderbergern gehört. Die Bilderberger sind eine Vereinigung international on top of the earth, wieder ganz oben, die sich von den Leuten, ja, die Leute, die wirklich das Weltrad und die Weltachse drehen, die sind dort vorhanden und werden ab und zu gewechselt nach Absprache durch einen anderen. Da ist zum Beispiel drin, die Familie Fortes zu finden, Rockefeller, dann der Prinz Bernhard, der Niederlande, also die englische Königsfamilie mit Shell ist da vertreten. Also alle Leute, die Supergiganten, was das Finanzielle betrifft, sind in den Verein der Bilderberger versammelt. Die Bilderberger haben ihren Namen nach einem, soweit ich weiß, nach einem kleinen Schloss in Holland. Und die trafen sich Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre in Salzbögeraden. Das ist ein kleines Café in der Nähe von Stockholm. Und dort wurde vereinbart und besprochen, unsere großen Geschäfte auf der Erde sind ja alle in irgendeiner Form verquickt mit der Energieversorgung der Menschheit, sagten nie und deswegen waren sie da zusammen. Der Ölpreis ist, das ist unerträglich, der Ölpreis muss nach oben gehen. Um es kurz zu machen, es wurde beschlossen, dass der damalige Außenminister Kissinger die Order bekam zu den Nachbarn von Israel. Die Nachbarn und Israel, also ganz Ostasien, südlich der Türkei, sind ja ewig in Unruhe, im Aufruf, in Unruhe. Mal mit den Israelis, mal gegen, dann wieder mit der Türkei, nicht, da ist ewig was los. Also Kissinger wurde losgeschickt und als Endergebnis wurde beschlossen, ich will nicht behaupten, dass Kissinger das eingeleitet hat. Ihre Gedanken können sie selber weiterflechten hier. Es wurde jedenfalls beschlossen, von den Großen dieser Erde einen Krieg anzuzetteln, den Jom Kippur-Griechen. Es passierte Folgendes, die Saudi-Arabien und einige mit den Ägypten und Syrien und Jordanien befreundete Nachbarn sagten, wenn die hier in Israel gegen uns Krieg macht, gestützt von den Amerikanern, dann drehen wir den dann halt in den Ölhörn ab. Was passierte? Sonntagsverbote, Fahrverbote bei uns, Einschränkungen und eine gigantische Preiserhöhung um 400 Prozent. Was war damit erreicht? Der Preis war so hoch, dass die, Sie werden es verraten, die Ausbeute der Nordseevorkommen in Gang gesetzt werden konnte. Das heißt also, diese Leute, die da ganz oben sehen, die die Welt akzeptieren, das alles drehen, gegen den wir überhaupt gar nichts kennen, Sie können nichts machen, man weiß noch nicht mal, wer ist das? Die verbergen sich teilweise mit ihren Organisationen hinter Trasts und sind dermaßen verschachtelt untereinander mit anderen Organisationen, dass sie definitiv kaum zu bekommen, zu kriegen sind. Und selbst wenn, es wird nichts nutzen, Sie können gegen die nichts machen. Das heißt also, hier wurde konstatiert, dass die Leute, die die Macht dazu haben, einen Krieg anzetteln können und sie gehen sozusagen über Leichen, über tausend Leichen. Spielt alles keine Rolle. Jetzt machen wir wieder einen Sprung zurück, zur Angst nämlich. Die Leute, die jetzt in den USA und auch dieses große Geschäft mit der Klimakatastrophe ist wieder in den USA ausgebrütet worden und in Gang gesetzt worden, sodass eigentlich jeder, der einigermaßen Bescheid weiß über die Verhältnisse der USA mit der ausgesprochenen, auch heute noch, liberalen Geschäftsführung im Gesamtgeschäft, im Business, dass diese Leute natürlich im Hintergrund haben, eine Klimakatastrophe mit allem, was da vorbereitet werden muss, um das zu beweisen. Nehmen wir mal an, zum Guten zu beweisen. Das erfordert ja eine Organisation. Ich muss einen kleinen Sprung machen. Im Übrigen, eine neue Organisation für das Klima zu installieren, machte überhaupt gar keinen Sinn, weil die UNO als ursprüngliche Organisation der Erde bereits einen Seitenarm hatte, nämlich die UNEP. Die UNEP ist die Organisation gewesen, die wurde von Morris Strong geleitet, ist die Organisation gewesen, die für die Welt sich auch ums Klima zu kümmern hat. Die Leute, die da nun ein Geschäft draus machen wollten, denen war bekannt, dass CO2 bereits von einem Schweden vor weit über 100 Jahren als missgestaltetes Molekül dargestellt wäre, was aller Wahrscheinlichkeit nach seinen Forschungen, er konnte es nicht bewahren, seinen Forschungen entsprechen, sich in sechs Kilometer Höhe assimiliert hat zu einer Schicht rum um die Erde rum. Das war die Ausgangshypothese von Zvante Arrhenius, einem Schweden. Arrhenius studierte in Uppsala und kriegte später einen Nobelpreis, aber für eine andere Geschichte. In Uppsala studierte weiterhin ein Bert Bohlin. Bert Bohlin wurde später die erste und langjährige, ich nenne es mal, leitender Direktor des IPCC, des späteren Weltklimarates. Also ich werde weiterhin nur noch von Weltklimarat sprechen, wenngleich diese Beförderung zum Weltklimarat durch die Organisation selbst vonstatten gegangen ist. Niemand hat die dahin gefördert, also es stand Bert Bohlin für diese Organisation, für eine neue Organisation seitwärts der UNEP zur Verfügung. In den USA gibt es eine alte Familie, die außerordentlich geschäftstüchtig ist, das ist die Familie Rockefeller. Rockefeller wurde reich, eine Familie, die aus Deutschland, aus Neuwied oder irgendwo aus der Ecke am Rhein eingewandert ist. Die wurden reich dadurch, dass der alte Rockefeller, mal an, der Manager von dem späteren Trust und von diesem gigantischen Unternehmen, sich als in Ohio Öl entdeckt wurde, an der Ausbeutung dieses Öles beteiligte. Wie auch immer spielt hier keine Rolle und tatsächlich seien vor allem die spätere ESO, Standard Oil of Ohio, war das erste, später kam die Standard Oil of Texas und auch California hinzu. Und dem Rockefeller gelang es mit der Ausbeutung von Öl und entsprechenden Geschäften, die zur damaligen Zeit sich am Horizont abzeichneten. Es war die Zeit der großen Industrialisierung, sowohl in Europa als auch in den USA. Rockefeller gelang es also, ein wirtschaftliches Instrument von einer gigantischen Größe zu schaffen, sodass der Staat, die USA, es mit der Angst bekam. Daraufhin wurde, soweit ich mich erinnere, das Antitrustgesetz verabschiedet, weil Rockefeller in der Zwischenzeit seine Unternehmung, er hatte verschiedene Unternehmungen, die hat er zusammengefasst, in einem Trust. Das wurde also verboten, und zwar von heute auf morgen, sodass er seinen ganzen Besitz los wurde. Rockefeller war aber nicht blöd. Er ging im Land rum, sammelte seine Aktien, was weiß ich, für einen Cent pro Stück, und nach zwei, drei Jahren war er wieder da, wo er wieder anfangen kann. Heute zählt der Rockefeller-Trost wahrscheinlich zu dem größten Unternehmen dieser Erde, die es überhaupt gibt. gemeinsam vielleicht mit Etel Antikritzfeldtras und der Ford Foundation. Rockefeller brauchte Gehilfen, und einer seiner späteren Gehilfen, die seine Idee, die, wo man sagen, in Richtung einer Weltherrschaft ausarteten, wurde Maurice Drong. Ich sagte zu Anfang an, dass wahrscheinlich alle Menschen materiell nach mehr streben. Warum, was sollte Rockefeller hindern, zu sagen, mein Imperium, es war so groß, aber an den Rändern des Imperiums, genau wie die amerikanische Hegemonie, die USA sind nach wie vor noch die Hegemonialmacht dieser Erde, und an den Rändern überall sind Aufstände und ewig wird was rumgekratzt. Also die Leute, die darüber zu bestimmen haben, suchen danach, wie sie ihr Eigentum befestigen könnten, ihre Forks, und vermehren können. Svante Arrhenius hatte also, wie ich gerade sagte, das Klimahaus um die Erde herum erfunden, das vor 120 Jahren überhaupt keine Rolle spielte mehr. Das Interessante dabei, an der ganzen Geschichte ist zwar niemandem aufgefallen, aber mir, als ich das las, war die Annahme, dass ich das in 6 Kilometer Höhe um die Erde in der Luft ablagern müsste. Wie kam der auf 6 Kilometer? Ich habe hier eine Erklärung dafür gefunden. Zur damaligen Zeit war Lilienthal noch nicht da. Keine Flugzeuge, nichts, gar nichts. Nie ist jemand in 6 Kilometer Höhe gewesen, hat festgestellt, ob diese Schicht überhaupt da ist. Wie es nun in Amerika weiterging, und die entsprechenden Zusammenkünfte stattgefunden hatten, dass man das Wort Klimakatastrophe kommerzialisieren wollte, wurden natürlich auch Leute und Institutionen gebraucht, die das publizieren. Sie werden es nicht glauben, wer war die erste Organisation, die da mitmachte. Die Medien, wie immer, die Medien haben gesehen, hier ist eine Katastrophe. Rein, nichts wie rein. Und die Medien hatten den großen Vorteil, das haben sie bis heute noch. Sie brauchten keine Vorfinanzierung zu leisten. Sie konnten von jetzt auf nun voll einsteigen mit irgendwelchen Berichten, wie schauerlich die kommende Klimakatastrophe ist und was tief für ein Unheil auf der Erde anstellen würde. Und alles wäre da nur dadurch gekommen, dass die Menschen sich feindlich gegenüber Mutter Erde verhalten, indem sie CO2 produzieren. Wissen Sie, was da rauskommt? CO2. Ein großer Teil an CO2. Überall, jeder Mensch, alle. Wir produzieren alle CO2. Das hat die Erde noch nie gestört. Im Gegenteil, je mehr CO2 den Gräsern, den Bäumen, der Natur angeboten wird, dem Getreide, desto besser wächst es. Dies ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn wir nun eine so minimale Menge an CO2 durch unser Ausatmen und durch unsere Kraftwerke, Kohlekraftwerke, definitiv produzieren, muss die Frage erlaubt sein, wenn die Klimakatastrophe vergrößert, massiv vergrößert und über alle Weltteile verbreitet werden soll, Cui Bono. Da sind wir wieder bei denen ganz da oben. Die wussten, die UNO hat schon einen Seitenarm, nämlich die UNEP. Die UNO brauchen wir nicht. Kommt gar nicht in Frage. Mit denen wollen wir nicht. Wir machen unseren eigenen Verein. Das wurde dann später das IPCC. Und das IPCC kriegte zwei Aufgaben. Erstens, das merken Sie sich bitte, festzustellen, dass die Welt einer Klimakatastrophe entgegen geht. Zweitens, festzustellen, dass der Mensch schuldig da dran ist. Nichts anderes hat das keine andere Aufgabe, hat das IPCC je bekommen. Die selber befassen Sie mit wissenschaftlichen Studien überhaupt gar nicht. Die lassen Sie machen. Von wo auch immer. Jetzt machen wir, Sie entschuldigen bitte, es muss sein, einen großen Sprung nach Deutschland zurück. Deutschland kriegte 1949 den Sozialstaat übergestülpt. Sozialstaaten sind die, fast alle Staaten, die wir heute in Europa haben. Das Modell des Sozialstaates ist, das kann mir mit 85 Jahren keiner mehr erzählen, auf das Wort sozial gespitzt. Der Sozialstaat ist eine solche Missgeburt, der verstreut, der verstreut seine Geschichten, anders ausgedrückt. Und es gibt in Deutschland niemanden, der unter Anspruchnahme seiner sozialen Möglichkeiten nicht irgendeinen Zugang für irgendeine Hilfe hat. Alles ist abgesichert. Egal ob arm, ob reich, ob klein, ob alt, spielt keine Rolle. In Deutschland ist jeder versorgt. Nun sind das aber keine Sachen, die die Bürger eingeklagt haben. Wer hat sich dieses System ausgedacht? Wieder die da oben sitzen. Denn ein solches System, wo selbst Millionäre Kindergeld empfangen, kann nicht dazu beitragen, dass den Ärmsten der Armen wirklich so geholfen wird, wie sie es erwarten dürfen. So, der Erfolg von 40-jähriger Unterminierung des Grundgesetzes in der Bundesrepublik und auch der Verselbstständigung der Parteien, die ja heute letztendlich in Deutschland machen, was sie wollen. Wir haben ja in Deutschland auch keine Demokratie, sondern eine Parteien- und Beamten-Diktatur. Dieses Buch entstand übrigens in Amerika unter meiner Regie. Kommt noch. Kommen wir noch dazu sprechen. Dass der Staat, den die Bundesrepublik heute reflektiert und der auch sehr beachtet worden ist und auch imitiert wird in zahlreichen Teilen, hat als Endergebnis dessen, dass er jeden Einzelnen der Bundesrepublik Zutritt zu irgendeiner benötigten oder unbenötigten Sozialleistung dazu gebracht, dass er total verschuldet ist. Nichts anderes hat diese Verschuldung gebracht. Wo sind die, wo sind die Millionen Gelder hingegangen? Die Leute haben doch die Scheine nicht aufgefressen. Das ist verbraten worden. Das Geld ist weg. Das heißt also, das gesamte Volk hat zwangsweise 30, 40 Jahre über seine Verhältnisse gelebt. Ganz einfach. Möglicherweise. Ihr Land auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass die Schulden hier von der Schweiz in den letzten Jahren auch nicht unerheblich gestiegen sind. Auch aufgrund der Tatsache, dass sie ihr Sozialsystem immer weiter und immer weiter haben ausufern lassen. Und der Drang, das Sozialsystem weiter ausufern zu lassen, ist von Politikern, wird das geboren. Das sind Versprechungen von den Leuten, die Versprechungen machen können, weil sie die Macht dazu haben, gegenüber dem Volk, diese Versprechungen, die aber erst morgen oder übermorgen überhaupt greifen. Sie müssen aber heute bezahlt werden. Und diese Versprechungen werden aus keinem anderen Grunde gegenüber dem Volk geleistet, als das Volk, die Wähler, gütig zu stimmen und zu sagen, wählt mal uns. Wir machen ja alles, was ihr wollt. Ich brauche nur zu sagen. Und diese Geschichte ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn nun aber, und das können Sie im Internet nachlesen und kontrollieren, alle Staaten, die 1997 zur Weltklimakonferenz nach Kyoto gebeten worden sind, das waren ungefähr circa 140 Staaten, wenn die alle total verschuldet waren, was auch bekannt ist, das wussten nicht nur die, sondern das wussten auch ihre Umgehung, das war in Amerika bekannt, dann ist es nicht schwer, den Leuten auf einer solchen Konferenz mit einem Memorandum, was alle Teilnehmer zu unterschreiben haben, nahezulegen, Gesetze zu schaffen, um die Klimakatastrophe einzubinden, abzustellen, zu verringern, was auch immer. Und diese Gesetze können natürlich je nach Fantasie der Leute, die diese Gesetze entlassen können oder sie ausbreiten können, auch benutzt werden, wofür sie wollen. Was haben diese Leute, die heute an den Regierungen sitzen, nicht hauptsächlich im Kopf, wie sie weiterleben können? Wie behalten sie ihre Posten? Das sehen wir in Deutschland, das sehen wir in den Nachbarschaften, das sehen wir bei der EU. Es ist überall das Gleiche, ein Pöstingschache. Jetzt ist gerade festgestellt worden bei der EU, dass sie ein eigenes Außenministerium haben müssen. Was folgt daraus? Tausend neue Beamte. Wer bezahlt die? Sie, wir, alle. Die bezahlen lassen. Also die Leute, die Regierenden von den Architekten unseres heutigen Lebens in den verschiedenen Staaten haben sich zur Aufgabe gemacht und haben das erkundet, dass das funktioniert, neue soziale Gesetze zu schaffen und immer mehr drauf zu zatteln aufs Alte. Dann werden wir wiedergewählt. Und Kyoto lieferte den Staaten jetzt die Möglichkeiten, mit der Klimakatastrophe andere Gesetze zu schaffen, dass wir neue Kühlschrecke brauchen, andere Autos, mit anderen Auspuffen, und was weiß ich, alle möglichen anderen Sachen. Wir brauchen neue Kraftwerke. Die alten werden abgerissen. Neue Kraftwerke zu bauen, ist ein riesiges Unternehmen. Erst jahrelange Genehmigung, dann kostet es ein irres Geld, hinterher die alten abzureißen, die vielleicht noch gut wären. Was abgerissen werden soll, ist ja Eigentum des Volkes. Wer hat denn den ganzen Kram bezahlt? Das folgt. Doch nicht die Hierarchie. Eine Hierarchie, der Staat ist überhaupt unproduktiv. Die produktieren gar nichts. Die produzieren Ausgaben und Gesetze. Und eins möchte ich Ihnen auch noch sagen, nach allen, die hier sind. Noch nie hat in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit, ein Gesetz, ein einziges Gesetz, die Freiheit der Menschen erhöht. Nur reduziert. Immer. Und je mehr Gesetze wir haben, desto mehr werden wir einbunden. Das Thema, was ich mir eigentlich gestellt hatte, die Lüge der Klimakatastrophe, unter Thema der Auftrag des Weltklimarates, kann nur undeutlich hier skizziert werden. Ich werde noch eben zwei Minuten Zeit nehmen, mal Aussagen von Direktoren von dem IPCC, vom Weltklimarat, zu ihrer eigenen Tätigkeit. Was die darüber machen, kommt gleich. Also ich hatte mich damals entschlossen, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, doch meine ganzen Erinnerungen, die ich hier nicht ausbreiten kann. könnten wir möglicherweise mehrere Wochen zusammensitzen. Ich kann nur die zentralen Themen hier berühren und kann sie munter machen, wer wirklich Interesse an der Klimageschichte hat, wie das entstanden ist, der kann sich das Buch besorgen, die Lüge der Klimakatastrophe. Und ich möchte jetzt noch mal, um das zu unterstreichen, einige wichtige Aussagen vorlesen, die aus der Hierarchie vom Weltklimarat entstanden sind, um darzulegen, wie sie arbeiten. So einen kleinen Augenblick, bitte. Können Sie mich verstehen, auch wenn ich nach unten rede? John Harkin, Vizepräsident des IPCC, schrieb 1994, solange wir keine Katastrophen ankündigen, wird niemand zuhören. Maurice Strong, erster UNEP-Direktor, äußerte in Wut 1990 und 92 in Rio auf der großen Klimakonferenz, besteht nicht die einzige Hoffnung für diesen Planeten in dem Zusammenbruch der industriellen Zivilisation. Liegt es nicht in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieser Zusammenbruch eintritt? Mr. Rajendra Pachauri, Präsident des IPCC seit 2002, anlässlich der Herausgabe des vierten Situationsreportes in Kruk 2007. Ja, das ist in Englisch. Ich lese es aber trotzdem mal vor. I hope this will shock people and governments into taking more serious action, zu deutsch. Ich hoffe, dieses, also dieser neue Bericht, den die gefertigt haben, um Ängste zu schüren, ich hoffe, dieses wird die Menschen schockieren, damit sie mehr seriöse Aktionen unternehmen. Prof. Dr. H. Steffen, Stephen Snyder, der führte die Working Group 2 und vom IPCC ein und sagte 1989, deshalb, um die Darlegung der Schuld der Menschen, um das zu apostrophieren und zu unterschreiben, deshalb müssen wir schrecken einjagende Szenarien ankünden, vereinfachende, dramatische Statements machen und wenig Erwähnung und wenig Erwähnung irgendwelcher Zweifel, die wir haben mögen, entlassen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements und keine Zweifel am Gesagten. Jeder von uns Forschern muss entscheiden, wie weit er eher ehrlich oder effektiv sein will. Gut, ne? So, wissen Sie, was das ist? Das sind Beamte. Das ist Bestechung eines Beamten von den Untergebenen. Die sollen hier Fälschungen machen. Bam, das ist so eine Urkundenfälschung. So, und das geht durch und trotzdem gibt es, gab es 70 Prozent in Deutschland der Menschen, die Angst vor der Klimakatastrophe hatten. Weil die Angst nun da war und wurde publiziert und mir wurde laufend gesagt, bring das Gefährlichste Papier, veröffentliche das. Das habe ich mich dann doch entschlossen, das vor gut zwei Jahren zu machen in diesem Buch hier und das ist, soweit ich das weiß, ich kenne fast alle Bücher, die zu dem Klima veröffentlicht worden sind, das einzige Buch, was sich definitiv mit dem auseinandersetzt, was Sie alle als einzigstes interessiert. Wer hat wann und wem, wo und wozu die Aufgabe gegeben, einen Weltklimarat zu installieren? Es gab doch schon die UNE. Warum ist das geschehen? Das finden Sie hier in diesem Buch. Ich möchte aber nicht abschließen, ohne Sie auf eine andere Arbeit von mir hinzuweisen, die zu der Zeit, wie von Klimakatastrophe überhaupt noch keine Arbeit hatte, die mich sehr beschäftigt hat. Und zwar deswegen, wie ist es möglich, dass in dem Volk in Deutschland, das Volk der Dichter und Denker, wie ist das möglich, dass es unmöglich ist, dass dieses Volk richtige Reformen durchführt, um das Land seiner Umwelt, seinen Wettbewerb innerhalb der anderen anzupassen. Und ich beauftragte damals, das liegt ungefähr zehn Jahre zurück, ich habe damals um die Zeit eine kleine Firma in den USA gegründet, in Florida, mit Freunden und Verwandten, Bekannten, das zur Aufgabe haben sollte, herauszufinden, was die großen Abkommen, die großen Wirtschaftsabkommen, die internationalen Abkommen, wie zum Beispiel die EG oder EWG, jetzt heißt sie EU, die hat ja extra ihren Vornamen gewählt, bevor sie so weit ist wie heute, oder meinetwegen die NAFTA, das North American Free Trade Association. Was haben die Völker, was haben die Menschen, was haben die einzelnen Menschen davon, von einem solchen Abkommen? Wahrscheinlich kostet es erst mal Geld, wie alles. Aber was haben wir? Wo ist der Return Investment? Wann kommt mal irgendwas wieder? Das war die Aufgabe von der Institution. Und um das überhaupt beantworten zu können, habe ich mir selber die Frage gestellt, wie geht es denn an, dass in Deutschland fast jeden Tag irgendwelche Kaffeekränzchen sich in den Medien äußern und herablassen, über was alles geändert wird. Und es sind immer dieselben Leute, die da zusammenkommen, mit immer denselben Ergebnissen. Nämlich, dass gar nichts passiert. Das habe ich zusammengefasst in einem sehr lebenswerten Buch, das ist sehr gut kritisiert worden überall und das nennt sich ganz einfach der Reformverhinderer. Ich glaube, ich habe alles zu dem Thema gesagt, was mir im Augenblick einfällt. Vielleicht noch für die ganz großen Skeptiker ein kleines Wort aus einer Zeitschrift, und zwar Kura Magazin, das Magazin für Freizeit und Lifestyle. Dann blättere ich gestern rum und finde folgenden Satz. Während rund einer Million Jahre veränderte sich das Klima in Mitteleuropa mehrfach radikal. Mehrere größere Kältperioden wechseln mit kürzeren Warmzeiten. Warum soll das heute nicht auch möglich sein? Wer hat das damals gemacht? Es gab ja keine Menschen. Die Natur. Warum soll die Natur diese Geschichte mit dem Klima nicht ganz von alleine angeordnet haben, wir sind mal wieder dran, liebe Sonne, mach mal ein bisschen weniger Wärme und so weiter. Und dann läuft das. Wäre das alles, was ich Ihnen jetzt hier erzählt habe, nicht in mühseliger Arbeit, aber etwas, vielleicht in etwas stoppelhaft und mit Unterbrechung oder zum Nachdenken gewürzt, wer das alles noch nicht glaubt, dem rufe ich noch mal zu, stellen Sie die Frage, Kui Bono, können Sie mit gutem Gewissen beantworten, vor sich selber oder Ihrer Familie, wenn Sie diese Frage prüfen, ob die Menschheit wirklich schuld ist an der Klimaveränderung, können Sie das wirklich bejahen, wenn Sie fragen, ist es denkbar, dass die USA als Hegemonialmacht dieser Erde so viel Geld in diese Geschichte mit der Klima reinsteckt, ohne einen Return on Investment zu bekommen, das heißt also, ohne dass das Geld zurückkommt? Damit ist die Frage schon beantwortet, die ganze Sache ist ein großes Geschäft. Tut mir leid, ich hätte Ihnen gerne was anderes berichtet, aber das ist die Wahrheit. Danke für diese Hinweise, jetzt würde ich gerne noch eine Frage stellen. Ja, bitte. Der Grund, warum ich diesen Referenten eingeladen habe, ich habe sie in einem Fernsehinterview gesehen, wo Sie eigentlich die persönliche Beziehung und Begegnung, ich glaube Rockefeller Rothschild, beschrieben haben, vom Kind an und dann später und sich als Augenzeuge beziehungsweise Ohrenzeuge ausgesprochen haben. Das steht in diesem Buch drin. Warum soll ich etwas wiederholen mit viel Mühe für Arbeit, was Sie möglicherweise gar nicht verstehen, aber es steht alles hier drin. Gut, also ich möchte nur, dass klar ist, dass wir hier einen Augenzeugen gehört haben. Ich finde es nicht ganz fair, dass jetzt das nicht hier gekommen ist, weil darum arrangieren wir das. Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen, sondern um die Leute zu informieren. Wenn jetzt 2000 Leute, jeder das Buch lesen muss, und das Buch von ihm und von ihm und von ihm und von mir noch 17 Bücher, das wollen wir hier eigentlich nicht. Aber ich bin froh, dass Sie es doch wenigstens so noch formuliert haben und wünschen in dem Sinne einen guten Verkauf. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, aber ich möchte dort noch mal ein Nachwort sagen. Wenn ich, ich möchte nicht sagen, nicht gescholten worden bin, aber erinnert worden, dass ich eigentlich in den Inhalt etwas anderes mit reinarbeiten wollte, als ich es getan habe, nämlich auch persönliche Gespräche und persönliche Sachen, dann habe ich davon Abstand genommen, weil ein altes deutsches Sprichwort sagt, was schrieft, blieft. Auch bei Ihnen in Erinnerung. Sie werden möglicherweise festgestellt haben, vor allem von den Älteren, das, was am meisten Eindruck auf den Menschen macht und bleibt, ist das Selbsterlebte. Meistens was Schlechtes, was wehgetan hat. Das Nächste ist das Optische. Das Auge ist das Nächstwichtige. in Verbindung mit dem, was aufgenommen werden kann. Und das Schlechteste, das Minimalste, ist das Gehörte. Also lesen Sie bitte das Buch, dann haben Sie das originell alles, was Sie wissen müssen. Gut, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus